Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Troubling Terrorist Town mit den Pete's Meets und Darlou-Card natürlich. Hallo, ich muss mal ein bisschen reden. Ich muss kurz die Musik stoppen. GEMA aus The Safety Dance Liebe. Hast du gerade gelacht wie die GEMA? Das ist ja nice. The Safety Dance ist doch GEMA. Jay, Taube, Taube von Jay. Jay ist auf den zwei großen Parker-Towers da oben drauf. Ah, Parker, das ist ein guter Call. Warte mal! Mit Parker war ein guter Call. Okay, Bram hat offenbar versagt beim Kampf gegen Jay. Gut, dass ich mir die Shotgun hingelegt habe, ey. Huiuiui! So. Warte, war jetzt aber echt stressig. So, wer lebt denn noch von den Guten? So, Darlou, machst du denn jetzt endlich den Rest oder nicht? Ich mach dich gleich. Nee, nee. Du weißt nicht, wo ich bin, oder? Komm, Darlou, mach dich. Nee, nee. Guck dich mal lieber um. Oh, ich hab Jay, glaub ich, gekillt. Ach, jetzt hast du mir echt meinen Kill geklaut. Wir sind aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich hab eine Waffe runterfallen sind. Ja, ist tot. Hier liegen zwei Leute. Darlou, du bist jetzt eh der andere und wiederbelebste. Nein, ich war doch die ganze Zeit hier und war ready. Ach, Bullshit, Darlou. Wait, wenn du... Christian lebt auch noch. Okay, Moment. Schieß auf Darlou. Wenn du den Trailer erschossen hast, schieß Darlou weg. Ja, kann ich aber nicht sehen. Peter, mach keinen Quatsch. Der ist oben auf dem Rechten. Ah, Peter, mach doch keinen Käse. Christian, wo bist denn du? Ah, der springt doch mit dem Blue Bull da. Nee, stimmt. Ich hatte gerade einen Boost bekommen. Peter wird schon weggeschossen. Super windig hier. Sag doch mal, wo du bist. Du hast mich doch gesehen, du Schwätzer. Ich bin leider nicht. Wie hast du denn jetzt Peter so schnell gekillt? Oh, ich hab nur einen HP. Oh, oh. Komm schon. Christian! Wo springst du denn da wieder rum? Ja, wo bist du denn? Ich folg den Explosionen, die du hinterlässt. Das stimmt nicht. Kriegst du die an? Ich hab doch keine Zeit. Ey. Ja, wo? Oh. Nee, der hat sich... Richtig Peter gefreut. Hast du die Waffe gewechselt? Ja, ey. Wie er's abgewartet hat, ey. Sagst du, du spawnst halt. Ich hab gewartet. Du hast die Waffe weggeworfen. Da hab ich meine Chance genutzt. Diese Freude bei Peter. Das stimmt, ey. Ich hab echt mit Christian gefreut. Das war schon lustig. Ach nee, verdammt. Ja, das ist echt traurig. Aber war gut. Ja, der hat mir halt nen Header gesetzt direkt. Wusste nicht, dass er weiß, wo ich bin. Das war unglücklich. Unglücklich für dich, Bram, ey. Da hab ich echt Glück gehabt. Muss ich mal sagen. Ich hab erst mal 6 Minuten gebraucht, um überhaupt die Leiter aufzukommen. Als das... Wie lange ich gebraucht hab, bis ich gemerkt hab, dass du da bist. Das ist viel schlimmer. Ja, ich dachte mir aus, du scheiße hätt ich mal schnell geschossen erst. Aber als allererster Item erstmal ne Taube nach 10 Sekunden auswählen ist schon... Bist du getriggert? Nee, gar nicht. Ich hab dir auf jeden Fall einen schönen Header gesetzt. Ja, sie benutzt den Taube laufen, Jay. Man kann ja keinen nicht... Alles gut. Dann darf ich das nicht benutzen. Das ist halt schon low. Der benutzt die gerne weiter, ich setz dir gerne weiter. Hätt ich's. Kein Problem. Den Kommentaren hab ich schon häufig gelesen, wir sollten die mal rausnehmen, weil die halt echt nicht so geil ist. Jaaa. Alles gut. Kommentar, kommentar. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich, was du da machst. Ich bin hier am Bauen. Das ist hier aber kein Bausimulator. Ich spiel dir nicht vor. Er hat eine Melone oder so gesetzt, ich glaub in dem Haus hier vor uns. Ja, ich geh mal eben gucken. Ja, geh mal vor, Christian. Ja, ja. Okay. Na, Bram, bisset? Ja. Hier ist sogar auch einer wie eine fette Explosion. Wo bist du denn? Du bist da hinten, okay. Ah, da ist es mir. Sepp ist hier drin. Ja, Sepp schießt direkt auf mich. Ah, das ist aber low von Sepp. Da ist die Melone. Dass der schießen darf. Oh nein. Oh, hat er verloren? Nein, ich hab... Also ich hab nicht verloren. Ich würde sagen, Christian hat verloren. Aber, äh, Christian ist an der Melone gestorben. Aber, Sepp ist immer noch... Ich würde sagen, Christian hat verloren. Was ist der mit Sebastian? Der ist immer noch... Ich hab ihn hier im Raum eingespielt. Er kann nicht rauskommen, außer er portet sich. Das ist so ne Lügen geschaffen. Das ist doch denkst du denn hier auch gerade da. Ich wurde teleportiert. Ich kann mal nur die Wahrheit sagen. LeBram, du Arsch! Bin trotzdem als Lügner. Hast du mich grad teleportiert? Peter, jetzt macht keinen Scheiß. Du Ficker. Bram ist Traitor. Der hat mich teleportiert. Okay. Du Ficker. Wieso lässt du Sepp denn da jetzt alle? Ich hab ne Brandgranate da reingeworfen. Das ist so. Okay, Bram ist es Jay. Hab ich verstanden. Du musst mich jetzt sofort nicht anbrüllen. Jaaaa! Bramben! Wo ist denn der Wichser? Ja erstmal Bram. Hinten im Kirchturm. Sepp hab ich. Er ist immer noch da. Statt da. Statt da. Blöd um die Ecke. Komm jetzt her hier. Ja. Ganz kurz was bedenken. Bramben! Hallo Victor! Oh! Der ist fast down der Typ. Das hab ich gelesen. Der ist fast low. Was du hier machen willst. Komm Bram! Komm jetzt! Komm schon! Ja ich hab ihn! Komm schon ey! Na dann können wir doch so vielen Zauben kommen. Der kommt aus der anderen Seite. Kommt dann Peter raus. Du Absnacker dahinten ey! Wo bist du ein Betonwichser? Hallo ich hab den geplättet. Kannst du mir mal danken, dass ich dein Leben gerettet hab? Einen Scheiß! Einen Scheiß! Einen Scheiß! Einen Scheiß! Hättest du nicht geschafft. Weil der Jade von da oben die ganze Zeit mit der Shotgun ballert. Hat mich schon nicht so gewinnert. Also... Ja! Schon ein bisschen weit weg. Und du hast ja auch Auswahl. Also da liegt der... Aber ich hab aber... Ja, aber der Bram war gelb. Ich hab... Nee, du hast den sogar rot gemacht. Da erzähl ich die komplette Geschichte wahrheitsgetreu und keiner glaubt. Also das war alles genau so passiert. Ja gut, du hast halt auch schon eine History, ne? Also... Das stimmt. Das stimmt. Wenn du da raus gehst auf die Geschichte. Ja, ich hab auch... Ich wär schon davon ausgegangen. Also ich hätt's nicht mal schlimm gefunden, dass wenn Aino wäre. Der war schon badly damaged. Weißt du, hat eine Innocent Leiche dahinter lassen. Sagt, ich hab da einen eingesperrt, aber ich geh jetzt einfach mal. Ja. Ja. Genau so war's aber passiert. Ja. Genau so. Deswegen hast du kein Vertrauen verdient, Dalu. Generell nicht. Alles genau so gesagt, wie's passiert. Ich wurde geported hinten am Turm. Großer, normaler Sniper-Turm. Großer, normaler... Oh, Jay rennt gerade vom großen, normalen Sniper-Turm weg in den mittleren Raum rein. Oh, sorry, der war falsch. Ich wollt grad sagen. Jay ist... Oh, au, ich werd beschossen. Huiuiui. Jay ist was, Peter? Jay ist Traitor. Wo ist der denn? Achso, ja gut, das... Der ist bei den Räumen. Aber ich weiß nicht, von wo ich beschossen wurde. Ich wurde noch von einem Sniper zusätzlich beschossen. Okay. Was gehst du da hinten, Sepp? Das fällt mir nicht. Haben wir Schaden, ne? Und jetzt? Wo Jay und noch jemand. Wer lebst du noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Wer? Doch, du lebst noch. Wo ist Jay? Ich bin noch am Start. Ich weiß nicht, wer versucht hat, mich umzubringen, aber er hat noch nicht geschafft. Weißt du, wo Jay ist? Weiß ich nicht. Ich glaub, der ist immer noch da drin. Sepp? Okay. Nein. Sepp ist an der Kirche. Ja. Sepp ist an der Kirche? Ah, ja. Wie das, ja. Wie sollst du schauen? Ja, weil ich beschossen wurde, wie angesagt. Christian ist der andere. Okay, gut. Wo ist der Brom? Der ist in dem... Boah, wie nennt man das? Dieses Unterhaus. Dieses ganz normale Standort, wo man sich so geil drin verstecken kann. Ja, da ist ja auch Jay drin. Auf jeden Fall hab ich jetzt gerade angefangen mit, da an den Brand reinzuschmeißen. Da ist einer. Direkt im Axthaus. Nice, Jungs. Alter, Pedermachen. Tschüss. Die Brandgranate war echt scheiß. Ja, möglicherweise bin ich gerade rausgegangen und hab die Tür zugemacht. Und dann war dann halt plötzlich weiße Brandgranate. Ja, ey. Hab ich dich mit der Brand gekillt? Du hast mich komplett kaputt gekillt mit der Granate. Sehr gut. Hab ich komplett gefickt. Ich hab dir eigentlich Christian nachgeworfen, weil der vor meiner Nase in der Melle geflätzt hat, aber mich nicht gesehen hat. Ja, das stimmt. Doch. Ich hab nicht gesehen, aber halt danach erst. Ach so, oder danach erst, okay. Auf jeden Fall hast du nicht auf mich geschossen. Och man ey, das war so schön. Direkt da, du weggefickt, das war eigentlich ganz angenehm. Ja, aber du wurdest gesehen, Junge. Ja, ist ja okay. Das Problem war der Fall, war so lang. Ich konnte noch alles erzählen. Ich konnte mich sogar noch mal korrigieren. Ja, ja. Man fällt und fällt. Ist doch okay. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Oh. Wer ist hier? Der Jay. Schwach, schwach. Direkt den Teleporter. Und danach ne Taube kaufen, weißt du? Das wird komisch dir, Jay. Richtig, richtig wack. Was hast du da runtergeworfen, Jay? Immer so als allgemein. Mit Disco, das ist ganz schön gefährlich. Ja, jetzt lacht er so. Ich setz schon mal 50% auf Jay. Wo ist Jay? Ich möchte auch 50% setzen. Disco-Schmisco, sag ich immer. Oh, Disco-Schmisco. Weißt du, jetzt bleibt er auch noch die ganze Zeit so stehen, sodass den einfach mal jemand nen Headshot geben könnte. Okay, 60% auf Jay. Ich geb 10, aber nur weil ich ihn noch nicht gesehen hab. Okay, dann geb ich die restlichen 20. Das ist confirm. Dann sind wir bei 90. Ey, das reicht. Hast du nochmal 10 genommen, oder nicht? Ich mach minus 50. Das musst du aber auch bezahlen können. Ja, wie denn? Hast du jetzt gleich die Taube rüber geflogen, lieber Jonathan? Nee. Ich geh wieder runter. Warum macht die ganze Zeit den Quatsch? Der kauft gerade da unten hinter dem Doppel-Tower. Doppel-Tower. Bin ich am Doppel-Tower? Also ich bin an dem Doppel-Tower. Oh shit! Ich hab's überlebt. Nein, nein, nein. Ich hab's überlebt. Der ist jetzt unten. Der ist jetzt. Der ist vielleicht dummheiten macht. Hast du mich gleich? Nein. Erstmal riecht Peter, weil der steht da oben. Oh, das ist Dalu, Dalu ist es. Der ist beim Sniper-Turm. Oh, Dalu, mach keinen Quatsch. Oh, da ist Bram, ey. Der fickt mich doch auch. Peter, wir sind ein Team. Peter, einmal noch werfen. Der läuft Bram, ey. Der ist gerade unten in die Häuser eingelaufen. Peter! Peter, warte! Bitte! Okay, ich hab Dalu noch erwischt. Junge, Junge. Hey, jetzt bin ich Traitor, ne? Jetzt bin ich Doppel-Traitor, weil ich auch nice sage. Du hast Dalu erwischt, aber... Hast du den Konfer... Ja, auf Entfernung. Kannst den Konfernen? Damit du mich schön abschießen kannst dabei, oder was? Na, Alter, ich bin's nicht. Da, ich hab ihn confirmed. Okay, alle klar, also... Und jetzt liegt er am Boden der Tatsachen. Ich glaub halt, dass das Bram ist, weil der gerade quer links, links, links gelaufen ist. Unter dem Parker Tower. Du weißt ja nicht, dass ich das bin. Du weißt ja nicht, dass ich das bin. Wenn ich mich vom Peter Tower nicht wegbewege, bin ich ja ganz gut dabei. Wie low ist das eigentlich, wenn man die Tower benutzt und dann trotzdem nicht trifft? Das ist doch die Lowest. Also die Maximum Lowness einfach nur. Das ist u-low. Das ist u-low. Ja, das ist u-low. Also Dalu, ne? Wir haben gerade kurz definiert, was du bist. Das war echt low. Das ist eigentlich so gut, wie Dalu halt PUBG spielt. Das ist halt schon wack. Das ist schon wack, Junge. Okay, das ist wack. Das ist nicht nur low, das wack. So. So. Mich musst du gar nicht angucken, lieber so. P-Towern. P-Towern. Ich bin... Alter, ich leb noch. Ich wurde beschossen und bin runtergefallen ein Stück. Weiß ich nicht. Von den T-Towern. Du konntest mich sehen. Also von da... Könnten die anderen Doppel-Towers sein? Die kleinen? Könnte der gelabert haben? Was? Bram, du bist jetzt so krass. Du kleiner Lutscher. Nee. Ja, komm du mal her. Du musst dir jetzt hochkommen. Ich will, dass Peter dich sieht mit dem Leben. Peter? Guckst du jetzt einmal hinten auf den P-Tower? Peter? Du bist tot. Peter ist auch schon tot. Okay, fuck. Dann ist es Sepp. Wo ist er hin oder hast du den gemacht? Du bist so ein Schwitzer, ey. Ich komm nicht zu dir. Du musst dann zu dir kommen. Alles gut, alles gut. Bist du auch tot? Ja. Keine Ahnung wo du bist. Es lebt Dalu mittlerweile schon? Oder ist der entsorgt worden? Dalu ist entsorgt worden auf dem Boden und du bist grad auf der rechten Seite wieder vom Tower gelaufen. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich dich grad abschießen können. Du bist so ein Schwitzer. Ich traue dich ein Stück. Ich traue dich ein Stück. Mit der Schuhflinte auf der rechten Seite des Towers stand. Das ist von dir aus gesehen recht. Ja. Weil ich dich nicht gesehen hätte. Ich weiß trotzdem nicht wo du bist. Glaub mir nicht, aber Sepp dürfte noch leben. Ja, dann sag mir doch wo du bist, wenn wir zusammen sind. Wenn ich dir sage wo ich bin, dann sag ich damit Sepp, äh Sepp wo ich bin. Aber keiner von uns beiden weiß wo Sepp ist. Meinst du Sepp wartet ab? Weißt du nicht, das ist ne reine Prediction. Ja, Sepp könnte abwarten bestimmt. So, der hat Peter gemacht. Ich weiß aber nicht wo Peter war. Peter war ein T-Tower. Äh, T-Haus. T-Haus, okay. Weil bei den Doppeltürmen ist Sepp nicht. Ich weiß halt nicht, ob der auf den Zwillingstürmen drauf sitzt. Man-Hacks. Auf dem Parker Tower. Man-Hacks. Also das war Man-Hacks. Man-Hacks, okay. Man-Hacks, okay. Die müsste erstmal zu mir kommen. Oh, ich weißt du Sepp. Sepp ist hinter dem großen dicken Tower. Oh, ich weißt du Sepp. Also Kirche? Nein! Da wo Dalu war. Ja, da ist er. Der, der große vierstöckige Tower. You know? Jo, sehen. Oh Gott. Die ficken mich jetzt gleich. Ja, ich weiß die Man-Hacks. Hinter dir! Och Bram. Hallo! Jay, hast du ein paar Freunde gefunden? Oh Gott, ey! Geile Runde, Sepp. Starke Runde von Sepp, holy shit, ey. Das war echt eine starke Runde. Ich konnte aber nicht studieren, Jay, weil du mich nicht getrusted hast. Ja, konnte ich halt auch nicht. Aber bis ich halt Sepp gefunden hab. Weißt du, ich war für dich Trader, weil ich einmal von links nach rechts gelaufen bin, weißt du? Nee, nicht so einmal. Du bist halt drei, viermal an derselben Seite unten unter den Tauen links, rechts, links, rechts gelaufen. Das ist schon komisch. Weil ich halt daran vorbeigeguckt hab, an den Kisten. Hättest du das mal gesagt, hast du nicht gesagt, oder? Alles klisch ist so. Rennst du rum, suchst du, bleibst du stehen, kaufst du. Ja, ist es halt auch so. Warte, machst du es falsch. Aber Sepp, starke Runde. Ja, Sepp hat das gut gespielt. Das war ja wirklich stark. Das stimmt. Ja, und das ohne Taube. Na ja. Ganz ehrlich gesagt, wenn du nix gesagt hättest an der einen Stelle zwischendurch, wäre ich nie auf dich gekommen, dass du überhaupt noch lebst. Nee, Jay hat mich ja auch nur nach... Also du dachtest ja auch die ganze Zeit, ich würde nicht leben, oder? Ja, genau. Und dann hast du aber irgendwann einmal ein Wort gesagt, oder so. Nee, nee. Was ist das denn hier für'n Spaß? Weiß ich nicht. Mit Flaggen vielleicht. Warum ist mir irgendwie... Mein Fass ist runtergefallen. Muss ich mir hinwegschießen. Ist ja in dem Haus jetzt drei Fässer drin, oder was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Haus da mega gefährlich. Da ist keiner drin. Christian? Eine Leiche, oder was? Ja, was machst du denn hier? Hier ist doch eine Leiche. Jetzt erzählen wir doch nicht, dass hier keiner drin ist. Eindeutig, ja. Christian hat gelogen schon. Okay, Dalu hat eine Leiche gefunden. Ja, und Christian hat schon gelogen. Dalu ist wiederbelebt worden. Was ist das jetzt gerade? Ich glaube, die labern Bullshit. Ich glaube, die Leiche ist eine NPC-Leiche oder so'n Quatsch. Peter weiß, wann er Traitor ist, dass wir lügen. Ja. Peter weiß, wann er Traitor ist, dann auch alle leben. Moment. Oh, dann ist voll klug. Hallo, Christian. Hallo, Peter. Was willst du von mir? Weiß ich nicht. Warum müssen die auf den Peter-Tower? Genau, Peter. Peter, du brennst rum. Du suchst. Du musst Traitor suchen. Ich war die letzten paar Folgen... Oh Gott. Verfolgen direkt, ey. Die letzten paar Runden war ich eh beim T-Tower. Peter, du bist jetzt auch noch wounded. Ja, ich bin gerade runtergefallen. Ja, okay. Christian wird mich sofort einfach sneakymäßig von hinten erschießen. Ja, mit der Shotgun. Deswegen nehme ich Abstand, Peter. Weil das Sinn macht. Genauso wie Jay die ganze Zeit aus einem Sniper-Tower. Du Wichser! Du willst mich töten, Peter! Nein, du Wichser, Peter! Alles klar, Jay. Was geht ab euch? Jetzt guck mal dumm, weil ich bin innocent auf jeden Fall. War schön, dass du einfach runterspringst. Finde ich auch gut. Die zwei Leute sind auf der Kirche drauf, oder was? Ja, der hat als erstes auf mich geschossen, dann hab ich auf den geschossen und dann ist er rückwärts runtergefallen. Was soll ich da machen? Ganz ehrlich. Peter und Chris sind beide auf dem Tower, auf demselben. Ja, ich schieße mal auf Bram, der muss die ganze Zeit verraten, wo die Leute sind. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, Mann, Peter, diese komische Geschichte glauben. Ja. Ja, kann man. Ja, man weiß es nicht. Ja, finde ich eher suspicious. Ja, kann ich verstehen. Ist auch okay. Ich bin ihr fast tot. Aber ich bin dann einfach nur lustig, weil auch immer Jay da gemacht hat. Die Frage, ob Jay jetzt Schilder war. Also das fände ich doppelt schön. Innocent wäre schade. Ja, echt ganz witzig. Die Dalu ist auf Peters Tower. Das hab ich eigentlich selbst gesehen und alle angesagt. Wann hast du hier vor? Lass mich in Ruhe. Ja. Ich hab einfach Spaß. Ich hab einfach Spaß. Weil ich lebe. So. Oh. Alles ganz easy hier bisher. Also falls du Jay wiederbeleben willst, dann wird es nicht funktionieren. Der ist runtergefallen. Warum soll ich Jay wiederbeleben wollen? Ja, weil nur ein Traitor, Kollege von Jay. Selbst wenn, dann kann ich die Credits besser nutzen. Du hast selbst, selbst wenn. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Nein. Wie viel. Das ist voll nice. Alter, was war? Nein, ich würde Jay wiederbeleben, wenn ich könnte. Hat das immer drin? Null. Weißt du, warte, warte. Ich dachte, du wärs abgeschlossen worden. Ich komm, ich hoppe vorbei und dann schießt hier einer an mir vorbei. Alter, das war mega klappend. Ich bin unterwegs. Ich suche jetzt. Dalu bewegt sich. Ich suche. Wo seid ihr gerade? Zufällig? Hallo? Wer ist am Zip Tower? Bram, wo sind wir alle? Kannst du mal Lockout spielen? Wer ist bei mir? Ja, und zwei laufen in der Kirche. Dalu, der hat nur kein Radar. Bram, sag mal mal. Meine Leute sind an der Kirche. Wer ist der andere? Bram, ich brauch ein Radar. Wo sind die denn? Einer ist noch am Sniper Tower. An welchem? Ja, es gibt nur einen Sniper Tower. Okay, wo? Aha, da ist Christian. Oh nein, er wird ihn töten. Sepp ist immer am Sniper Tower. Diesmal rechte Seite. Dalu, wir gehen jetzt da hoch, dann mach mal den. Amen, wer ist denn jetzt noch an der scheiß Kirche? Von mir muss ich denn Schiss haben. Christian ist da noch. Und Dalu mittlerweile. Spring einfach auf mich drauf. Nein, hier nimm das. Was? Ich spring hier auf gar keinen drauf. Los, los, los. Schnell. Schnell. Ich glaube, er merkt irgendwann, dass wir kommen. Achso. Was ist das denn? Ich glaube ich ist tot. Was? Was habt ihr gemacht? Du hast auf alle angefangen zu schießen. Ich habe einfach mitgemacht Was ist falsch mit euch? Okay, das heißt Dalu hat von diesen drei Suspiciously als einziger überlebt Ja, sehe ich das schon mal richtig Das ist ja schon mal ein bisschen satt War ein Zufall jetzt Dalu, du und TTT Zufälle gibt es da nicht Meine einzige Hoffnung ist, dass du keine Credits hast Wenn ich dir jetzt die Geschichte mal offiziell erzähle Christian ist hochgeklädert Und Bram hat auf ihn geschossen Dann hat Christian sich natürlich gewehrt Das macht man natürlich so Dann haben die weiter geschossen Und dann haben sich beide gleichzeitig erschossen Und du hast keinen einzigen Schuss abgesetzt Das glaube ich dir nicht Du hast gerade noch gesagt, du hast einfach mitgemacht Ja, ich habe mitgemacht Ich stand daneben und habe so gerufen Krass, lustig, wo bist du jetzt? Irgendwie glaube ich da nicht Sepp Nice Wie hast du mich gefunden? Hallo, ich hatte leider einen Radar Tut mir leid Äh, Jay, ich habe dich nicht gesucht Ich bin einfach durch die Gegend gelatscht Warte Alter, was plötzlich hinter mir Ich habe mich so ultimativ erstreckt Das ist so, Alter, du musst es doch dann sein Und dann laufe ich zurück Weil ich Schlüsse von dir habe Und dann falle ich halt runter Ich durfte dich töten In der Overtrag Chris, bist du halt durch mich gekillt worden Nur durch Stahlung? Ja, ja, nur ein Dead Ringer Ja, aber krass Durch Stahlung Sonst hätte ich das direkt Dann schießt du da hoch Und dann schießt du direkt Ich wollte das Kram weiter die Leute ansagen Einfach warten Wodrauf denn Darauf, dass ihr mit einem Traitor Als einer von euch beiden Traitor sein muss Das war doch klar Wenn nicht sogar beide Ich fand das okay, Bram Wieso das denn? Peter und Zip waren da auch noch über War safe Ich habe keinen Traitor Ich muss Peter da zustellen Wer hat da auf das Fass geschossen? Christian, hast du auf das Fass geschossen? Dadurch ist jetzt das Ding hier kaputt Und ich habe Damage gekriegt Ja, dann hast du schon mal gemacht Das Fass da draufstehen Dann hab ich schon mal das Ding kaputt gemacht Ja, aber das darfst du nicht Damit der Damage tut mir egal Bram, ich hätte Als Zuseher habe ich auch gedacht Dass die beiden das sind Du meinst Christian Christian und Dalu Christian und Bram haben geschossen, ja? Ja Ja Guck mal, ich habe Dalu Ich habe gedacht, du schießt, aber ich auch Ich habe gedacht, okay, Dalu snackt, dann wende alles Ich habe einfach gewartet Okay, komm, Dalu, let's rock Disco, Pogo Der hat echte Disco in der Hand Oh, die kommen dann noch eine Runde her Noch eine Runde Den selben Song nochmal Okay, Bram, und jetzt bin ich dran Mich bin nicht so sicher, ob der zu gut ist Oh Gott, Alter, Gott Du hattest zwei Das war fair Ja Moment, hat Dalu wieder Interesse getötet? Ja, vielleicht Ja, oder? Haben wir dann angefangen Wir haben das Disco-Spiel gespielt Eigentlich hat man noch Bram, das gespielt Und wollte dich forsen Aua Das tut mir leid Nein, Pena Pena, du Wichser Diesmal hat es nicht geklappt, du Arsch Aua, ich wurde getroffen Du Ficker Alter, irgendwas hat mich doch beschossen Alter, Pena, das hat aber reichlich was mich aber voll gemacht hier mit Mit teleportieren und so Das ist doch fein Okay Dalu ist der andere Warum? Du bist der andere, Sepp Wenn du jetzt nochmal schießt, knall ich dich ab Ja, hast du dich auf mich geschossen? Dann ist Christian Sepp ist es Wer hat mich angeballert? Hättest du mich? Ich glaube, Sepp ist es Sepp ist auf jeden Fall Sepp hat weniger Jetzt wurde ich auch Bissler Ja, ich wurde halt abgeballert Ja, wurde ich jetzt auch Dalu hat einen Bram weggemacht Ey Das ist jetzt die Befristung Ja, Christian, ist Jay eine Taube Ja, no shit Es ist Christian Obwohl Jay eine Taube hat Sepp Nein, oh man Warum schießt du mich, du Ficker? Was ist die Taube? Alter, ich hab doch den Traitor gekillt, du vollidiot Nein, es geht alles den Bach runter Die ganze Runde ist verloren Die Taube ist verloren Kann ich jetzt mal irgendeiner Christian machen? Warum der mich mal Wollt ihr dich verarschen? Du bist doch der Traitor Aber Jay hat die Taube Oh Gott, der ist ja Scheiße Wo ist der denn, Jay? Oben Er läuft so was größt Der ist oben an den Vier-Towern Vierfach-Tower Er geht jetzt zu den Parker-Türmen Unter den Parker-Towern ist er jetzt Oh, ich werde beschossen No shit Könnte Jay gewesen sein Hey, war das deine Taube? Hab ich das richtig gesehen? Jay hat eine Taube gedroppt Warm Ach ja, tut mir leid Christian, aber war schön Ne, der hat halt eine Taube Eine Taube für den Lohn Da musste ich jetzt mal meinen Standpunkt Er hat eine Taube gedroppt Ich bin der Vater, ey Es geht alles durch Oh, du Arscher Ja, vielen lieben Dank für eine sehr, sehr richtige Runde Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß Kannst du mal bitte sagen, wer gewonnen hat? Das ist wichtig Bis dann, tschüss Jawohl, ich hab gewonnen 30 Punkten, haut rein Du hast überhaupt nicht gewonnen Ich hab gewonnen Fuck you Sehr gut gewonnen, Sam Sehr gut gewonnen, Sam Dreckigate